Viparita Karanasana, auch genannt Viparita Karani oder Viparita Karanyasana, ist der Sammelbegriff für viele Asanas, heißt nämlich die Umkehrstellungen. Und einige Asanas werden als Viparita Karanasana bezeichnet, zum Beispiel der Handstand, auch genannt Adho Mukha Vrikshasana oder auch Shibu Asana. Zweite Stellung, die als Viparita Karanasana bezeichnet werden, ist der Skorpion. Du gibst die Unterarme auf den Boden, Ellbogen, Schulterbreit auseinander und hebst dann die Beine hoch und schaust dabei auf den Boden. Dritte Stellung, die als Viparita Karanasana bezeichnet wird, ist der Kopfstand. Du misst die Ellbogen ab, faltest die Hände und gibst den Kopf auf den Boden und hebst die Beine hoch. Das ist der Viparita Karanasana im Kopfstand. Es wird auch manchmal gesagt, wenn du im Kopfstand die Hände dahin gibst, wo bisher die Ellbogen waren, ist das nochmal eine besondere Form von Viparita Karanasana. Und es gibt auch noch Viparita Karanasana als Bezeichnung für den Kopfstand, wo du die Arme hebst, also den ungestützten Kopfstand. Eine noch einfachere Variation von Viparita Karanasana ist der Schulterstand. Du legst dich wieder auf den Rücken und du hebst die Beine hoch und machst dich zunächst mal ganz gerade. Manchmal wird als Viparita Karanasana oder Viparita Karani Mudra bezeichnet, wenn du hier weniger tief in die Stellung gehst oder auch die Arme nach oben hebst. Samuel wird jetzt einfach eine Stellung etwas halten, ein paar Worte zu den Umkehrhaltungen. Viparita heißt ja andersherum und Karana heißt verursachen und so ist Viparita Karanasana die Umkehrhaltungen. Umkehrhaltungen helfen, dass das Blut von den Beinen zum Herzen fließt, dass auch das Blut der Bauchorgane hinunter fließt und deshalb sehr gut für den venösen Kreislauf. Weil mehr Blut zum Herzen fließt, wird der Herzmuskel stärker pumpen müssen und so steigt die Fließgeschwindigkeit des Blutes. Die Umkehrhaltungen sind auch gut, um die Sonnen- und Mondenergien im Körper umzudrehen und damit sich zu regenerieren. Alle Viparita Karanasana-Stellungen werden traditionell als Verjüngungsübungen bezeichnet und auch als Übungen, die helfen, ein Aparna-Vayu zu harmonisieren und zu sublimieren. Umkehrhaltungen helfen auch, dass Aparna umgewandelt wird in Ojas und dass die spirituelle Konzentration leichter fällt. Mehr zur Wirkung aller Asanas und wie du sie genau lernen kannst, findest du in der Yoga-Vidya-App sowie auf yoga-vidya.de. Dort suche einfach nach den einzelnen Stellungen oder eben nach dem Sammelbegriff Umkehrstellung.